Guten Morgen, wir sind jetzt beim Stefan Strobl in der Gärtnerei in Feldmochring. Mein Name ist Margarete Stadelbauer und Stefan, heute auf der Nacht, was ist bei dir passiert? Heute früh bin ich ins Queckshaus und das Haares in der Hauptwasserleitung. Und ja, heute sagt er 33 Grad, einer der wärmsten Tage. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Wasserleitung wieder hinkriege, dass unsere Blämmen nicht vertrocknen heute. Oh je, also ich freue mich, dass wir nur ganz, ganz schnell reden, Kindern miteinander. Du bist welche Station für die Radltour? Station Nummer drei. Und ja, ich freue mich, dass wir den Betrieb hierher zeigen können, dass die Leute verstehen, was wir hier machen. Und ja, warum wir das tun, was wir tun und dass uns das wahnsinnig viel Freude bereitet, dass wir hier vor Ort produzieren können in München. Und ja, genau. Ihr habt wunderschöne Blumen. Also ihr seid hier der einzige Blumenhersteller oder Gärtner? Wie sagt man dazu? Ja, also wir sind in der dritten Generation jetzt hier im Münchner Norden. Ich würde sagen, wir sind die größte Produktionsgärtnerei in München, die es noch gibt. Und ja, wir produzieren Blumen ganzjährig von Tulpen im Winter bis über Stiefmütterchen, Geranien, dann Stauden, Dahlien, alles was im Sommer blüht. Und bis in den Winter rein dann Poinsettien, also Weihnachtsterne für Weihnachten. Und du hast jetzt das schon übernommen, den Betrieb in dritter Generation? Jawohl, wir sind vier Geschwister insgesamt, haben zwei Firmen. Mein Bruder und meine Schwester machen die Fridusgärtnerei und Floristik, also Blumenladen und Grabpflege. Und ich habe 2019 die Gärtnerei übernommen von meinen Eltern und mache quasi die Produktion. Das ist so toll. Ich treffe jetzt in Feldmochring wirklich so die junge Generation, die anpackt, die übernimmt und die sagt, wir wollen weitermachen. Also wir brauchen auch Planungssicherheit. Ja, wir brauchen vor allem die Sicherheit, weil es ja so ein täglich Brot ist und wir müssen davon leben können. Und wenn die Flächen immer weniger werden, dann wird es schwer für uns zu produzieren. Die Nachfrage ist da. Wir könnten noch mehr produzieren und mit weniger Fläche wird es natürlich schwierig. Du, und wo kriege ich jetzt so eine Strubeldahlie? Die Strubeldahlien gibt es natürlich bei uns im Blumenladen am Westfriedhof, wo meine Schwester drinsteht und verkauft. Aber eben auch in den Gartencentern, Baumärkten rund um München. Wir fahren 60 Kilometer rund um München, aber natürlich auch Stadtgebiet bis zum Viktualienmarkt rein, gibt es unsere Blumen. Wir haben seit über 40 Jahren einen eigenen Verkaufsstand am Blumengroßmarkt München. Willi von denen an 48 Wochen im Jahr, von Montag bis Samstag. Und vier Wochen Ferien habt ihr dann? Ferien haben wir nicht, sondern verkaufsruhige Zeit. Weihnachten bis Heilig Drei König und eben nach Allerheiligen ist zwei Wochen ein bisschen Pause. Und was ist jetzt so das, was dir am meisten Freude bereitet an deinem Beruf, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich auch besonders für München? Ich sage immer, wenn junge Auszubildende zu uns kommen oder Praktikanten, man sieht, was man schafft den ganzen Tag. Egal, ob man kommissioniert, also herrichtet für Kunden und die Felder leer werden. Oder wenn wir frische Jungpflanzen bekommen, also kleine Setzlinge, die wir dann in größere Töpfe pflanzen. Und wenn man dann am Abend sieht, man hat 3.000, 5.000, 10.000 Pflanzen getopft und das Feld wird voll. Oder eben andersrum, wenn man dann verkauft und wir verkaufen gut und das Feld wird abgeräumt leer, dann ist das eine wahnsinnige Bestätigung am Abend, dass man sagt, das haben wir jetzt geschafft. Und sehr oft erfüllender, wie wenn man mal einen Bürotag hat. Zwei Mal gestern beim Imker, beim Edi von Sissabees, habt ihr auch so spezielle Bienenpflanzen? Also natürlich seit Jahren gibt es ja diesen, ich sage jetzt mal, rettet die Bienen-Hype. Man muss wirklich sagen, die Züchtung geht auch dahin bei allen Jungpflanzen-Lieferanten, die uns die Pflanzen bringen. Ich würde fast sagen, mittlerweile sind es 90 Prozent bienenfreundliche Pflanzen. Also egal, ob ich jetzt ein Lavendel anschaue oder die Prachtkerze oder oben das Lütrum. Also Blutweiderich, es schwirrt, es surrt, genau. Es schwirrt, es surrt, draußen bei uns auf die Felder. Also so schaut da übrigens so ein schönes Schwiedel von euch aus. Produziert in München? Produziert in München, natürlich. Nachhaltig. Papieretikett, Bambusstab, Recycling-Topf, torfreduzierte Erde, alles was dazugehört. Und damit wir auch auf dem Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeit auf jeden Fall auch dabei sind. Ihr als junge Generation, was macht ihr anders als der Papa? Oder was entwickelt ihr weiter? Diversifiziert ihr? Oder einfach so mein Gefühl zu kriegen, wie die Landwirtschaft jetzt in unserer Generation, sage ich mal, stattfindet? Naja, früher war es ein bisschen einfacher. Einfacher von der Arbeit her, einfacher von der Technik her. Man muss da, also wer an Gärtner denkt, braucht nicht an Strohhut und Latzhose denken und Gießkanne. Wir sind voll automatisiert, haben Gießwegen, Freilandgießwegen, die exakt gießen, damit wir so wenig Wasser wie möglich verschwenden. Wir haben ein neues Warenwirtschaftsprogramm uns programmieren lassen. Das heißt, du musst in allen Bereichen vorangehen und modern bleiben. Wir haben einen eigenen Webshop B2B. Das heißt, früher wurde natürlich sehr viel mit der Hand und Ende Mai hat eigentlich die Saison war rum und hat gereicht. Die Zeiten sind vorbei. Wir müssen auf jeden Fall ganzjährig schauen, dass wir am Markt sind. Der Kunde möchte von uns das ganze Jahr was. Ja, und es ist einfach Tradition, aber du musst auf jeden Fall mitgehen mit der Technik und modern bleiben, dass du einen neuen Betrieb da hast mit eben attraktiven Sozialräumen von der Technik eben. Klima, Computer, ganze Steuerung geht alles übers Handy, dass man da auf jeden Fall auch konkurrenzfähig bleibt. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr? In beiden Firmen zusammen sind wir 53 Mitarbeiter hier im Standort. Und ja, ist was geboten, aber es ist ein schönes Miteinander. Und ja, wir freuen uns, dass wir so viele Arbeitsplätze hier anbieten können und dass wir hier im Standort München auf jeden Fall produzieren dürfen. Jetzt gehen wir nochmal zum Wasser ganz kurz. Ihr habt ja in Feldmauchring auch einen sehr hohen Grundwasserstand. Profitiert ihr auch davon als Gärtner? Wir profitieren natürlich davon. Es ist auch unsere größte Angst, was in Zukunft kommt, ob Grundwasserentnahme reguliert wird oder nicht. Bei uns ist Grundwasser jetzt bei 1,60 Meter. Vor zwei Wochen beim Regen hatten wir Grundwasser null. Und klar, wir benötigen das Wasser, unsere Blumen benötigen das Wasser. Wir tun alles dafür, dass man so wenig Wasser wie möglich verschwendet. Aber es ist natürlich unsere Lebensgrundlage. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Du, und jetzt nochmal zu deinem abschließenden Haarriss. Was muss jetzt nochmal, wie, also wie, es ist jetzt heute Samstag in der Früh und das Wochenende steht bevor. Gott sei Dank sind wir in München. Du musst jetzt nicht zum nächsten Baumarkt möglichst weit fahren. Aber gibt es diese Ersatzteile oder so auch irgendwie in der Nähe? Oder ist das wirklich jetzt so ganz speziell digitalisiert, dass du jetzt irgendwie woanders hin musst? Oder wie reparierst du das jetzt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das gibt es nicht im Baumarkt. Diese Größe, die wir Landwirte, Gärtner haben. Eigentlich profitiert man dann von seinem Netzwerk hier und rum. Ich werde jetzt zu meinem Freund fahren nach Wilkmoching zum Gockev, Ralf. Selber eine Gemüsegärtnerei daheim. Und er ist Elektriker und eben auch, der hat Wasserersatzteile daheim. Oder ansonsten ruft man Gärtnerkollegen an, die hoffentlich irgendwie was im Lager haben. Wir haben auch was im Lager. Aber meistens hat man genau das falsche Teil daheim. Und dann werde ich schauen, dass ich das heute noch irgendwie hinkriege, dass wir gießen können. Und das ist dann im Rohrerriss oder wie stellt man sich das vor? Genau so ist es in der Überwurfmutter. Das ist eigentlich das größte Problem, weil man die nicht austauschen kann. Und das ist PVC. Das heißt, man klebt das. Und was geklebt ist, kann ich nicht einfach schrauben. Und somit muss man das komplett neu aufbauen, neu kleben, bohren. Und muss trocknen sechs Stunden. Das heißt, es wird heute eine enge Kiste. Okay, also wir bedanken uns für dein wunderbares Gespräch, für die Leidenschaft für die Gärtnerei, die Leidenschaft für deine Heimat. Wir freuen uns auf die Radeltour am 14.07. Du bist selber da, deine Familie ist da, deine Schwester ist da und wir sind ganz gespannt, was ihr zum Erzählen habt. Und ein bisschen stolz ist das ein großes Wort. Aber happy, dass es in München einen Gärtner gibt, der so schöne Pflanzen macht und so richtig hübsch und edel und also wirklich so richtig fürs Auge schön hergerichtet habt ihr das. Ja, danke. Man kann stolz sein auf das, was man da täglich schafft und leistet. Und es ist eine extreme, sage ich mal, Genugtuung, wenn man sieht, dass die Pflanzen verkauft werden und vielleicht dann in dem einen oder anderen Garten unser Topf steht. Man erkennt unseren Topf und unser Etikett und das ist dann schon was Schönes, wenn man weiß, dass irgendwo in München sich jemand über seine Pflanzen freut. Du, vielen Dank, alles Gute, dass du das heute gut hinbringst. Ich habe leider keine Ersatzteile im Keller, sonst hätte ich da vorbei gebracht. Aber alles Gute euch und vielleicht haben wir mal wieder die Gelegenheit bei euch vorbei zum Schauen. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Ciao, servus. Ciao, ciao.